Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, deine großzügige und mitfühlende Natur leuchtet heute besonders hell. Du zeigst dich von deiner altruistischen Seite und verspürst den tiefen Wunsch, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Auch wenn große Ziele und hochfliegende Visionen bewundernswert sind, solltest du dich heute auf direktere und greifbarere Wege konzentrieren, um Menschen in Not zu helfen. Überlege dir, ein örtliches Tierheim zu besuchen oder ehrenamtlich eine Mahlzeit für die weniger Glücklichen zu kochen. Die persönliche Verbindung, die du durch diese Taten der Freundlichkeit herstellst, wird sowohl für dich als auch für die Menschen, denen du hilfst, unglaublich erfüllend sein. Die heutige Planetenenergie könnte dir das Gefühl geben, dass andere zu viel von deiner Zeit und deinen Ressourcen beanspruchen. Es könnte den Anschein haben, dass sich jemand in das einmischt, was dir rechtmäßig zusteht, und das kann beunruhigend sein. Denk aber daran, dass dies nur eine vorübergehende Situation ist. Deine Schlagfertigkeit kann dir helfen, deinen Raum zurückzugewinnen und Grenzen zu setzen. Zögere nicht, dich durchzusetzen und deine persönlichen Ressourcen zu schützen. Die Himmelsausrichtung legt nahe, dass es nur natürlich ist, sich unter solchen Umständen frustriert oder gereizt zu fühlen. Du befindest dich zurzeit in einer energiereichen Phase, aber sei vorsichtig, dass du nicht durch übermäßige Arbeit ausbrennst. Erlaube dir, dich zu entspannen, vor allem am Nachmittag. Wenn möglich, solltest du die Arbeit früher beenden und dich um deine persönlichen Bedürfnisse kümmern. Diese Auszeit ist wichtig, um dein allgemeines Wohlbefinden zu erhalten und Erschöpfung zu vermeiden. Die aktuelle Planetenkonstellation kann dazu führen, dass du dich in einer Situation gefangen fühlst, die nicht mehr zu dir passt. Wenn eine bestimmte Beziehung oder ein Umstand dich erdrückt, ist das ein Zeichen dafür, dass es Zeit für eine Pause oder eine Veränderung ist. Das bedeutet zwar nicht unbedingt das Ende, aber es ist ein Hinweis darauf, dass du einen Schritt zurücktreten, deine Situation neu bewerten und über deine nächsten Schritte nachdenken solltest. Es wird dir gut tun, dir in dieser Phase etwas Zeit für Selbstbeobachtung und Reflexion zu nehmen. Wie immer solltest du deine Unternehmungen mit Vorsicht und Achtsamkeit angehen? Obwohl dein Enthusiasmus und deine Entschlossenheit lobenswert sind, solltest du mit Bedacht vorgehen, da unerwartete Herausforderungen auftreten können. Ziehe Präzision der Eile vor und zögere nicht, dich von vertrauenswürdigen Quellen beraten zu lassen, bevor du wichtige Entscheidungen triffst. Wenn du eine wachsame Haltung und eine ruhige Hand bewahrst, kannst du mögliche Falztricke in Chancen für persönliches Wachstum und Lernen umwandeln. Der Eintritt des Mondes in die Waage unterstreicht die Themen Entschlossenheit und Sensibilität. Deine Bereitschaft, eine tiefe und harmonische Verbindung mit deinen Nächsten einzugehen, kann dazu führen, dass unzerstörbare Bande geknüpft werden. Nutze diese Gelegenheit, um deine Rücksichtnahme und Freundlichkeit unter Beweis zu stellen und stärkere Beziehungen und Verbindungen zu fördern. Außerdem regt der kosmische Einfluss innovatives Denken an und motiviert dich, einzigartige und fesselnde Wege zu finden, um denjenigen, die einen besonderen Platz in deinem Herzen haben, deine Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Mach dir diese Energie zunutze, um deine Zuneigung auf unvergessliche und unkonventionelle Weise auszudrücken, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Turmkarte steht für plötzliche Veränderungen, Umwälzungen und Enthüllungen. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute eine bedeutende Veränderung oder Störung in deinem Leben erleben könntest. Sie steht für eine Zeit, in der du dich von alten Strukturen trennst, loslässt, was dir nicht mehr dient, und dich auf eine Veränderung einlässt. Der Turm ermutigt dich, in schwierigen Situationen den Silberstreif zu sehen. Er erinnert dich daran, dass aus der Zerstörung die Chance zur Wiedergeburt und zum Wachstum erwächst. Diese Karte lädt dich dazu ein, Veränderungen mit Widerstandskraft anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass sie dich auf einen höheren und authentischeren Weg führen werden. Zusammen mit dem Turm haben wir die Neuen der Kelche. Diese Karte steht für Erfüllung, emotionale Befriedigung und wahrgewordene Wünsche. Sie steht für eine Zeit der Zufriedenheit, des emotionalen Wohlbefindens und des Erfolgserlebnisses. Die Neuen der Kelche lädt dich dazu ein, die positiven Aspekte deines Lebens anzunehmen und Freude und Zufriedenheit im gegenwärtigen Moment zu finden. Sie erinnert dich daran, dich auf das zu konzentrieren, was dir wirklich wichtig ist, und die Fülle und den Segen, die dich umgeben, zu schätzen. Der Turm und die Neuen der Kelche bilden zusammen eine Kombination aus Umwälzung und emotionaler Erfüllung für den Tag. Der Turm unterstreicht das Bedürfnis nach Veränderung und Umarmung, während die Neuen der Kelche betont, wie wichtig es ist, Zufriedenheit und emotionale Befriedigung zu finden. Nimm heute die Energie des Turms an und akzeptiere die Veränderungen, die auf dich zukommen. Lass alte Strukturen los und nimm das Potenzial für Wachstum und Veränderung an. Vertraue darauf, dass selbst inmitten des Chaos positive Veränderungen möglich sind. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Neuen der Kelche, indem du Freude und Zufriedenheit im gegenwärtigen Moment findest. Schätze die Fülle und den Segen in deinem Leben und konzentriere dich auf das, was dir wirklich emotionale Zufriedenheit bringt. Diese Deutung steht für einen Tag mit bedeutenden Veränderungen, emotionaler Erfüllung und dem Bedürfnis nach Widerstandsfähigkeit. Mache dir die Energie des Turms zu eigen, indem du dich auf die Transformation einlässt und auf den Prozess vertraust. Nutze die transformativen Qualitäten der Neuen der Kelche, um Freude und Zufriedenheit im gegenwärtigen Moment zu finden. Denke daran, offen für Veränderungen zu sein und die positiven Aspekte deines Lebens anzunehmen. Finde emotionale Zufriedenheit und schätze den Reichtum, der dich umgibt. Wenn du die Qualitäten des Turms und der Neuen der Kelche kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit, emotionaler Erfüllung und dem Potenzial für positives Wachstum und Transformation inmitten von herausfordernden Umständen meistern.